Im Finale, im Siegerpreis, den Nürnberger Boppokal. Kato Noir, neunjährig, Hannoverana von Christ und De Niros, der Zucht von Thomas Heuer, im Besitz des Gestütes Bonhomme, GmbH und KUKAG. Wir freuen uns auf Lina Valsmann. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Musik 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 Wir haben einen fulminanten Ritt gesehen, der vor allen Dingen nicht nur durch die Qualität des Hengstes bestochen hat, sondern auch durch seine Gelassenheit. Das konnte die Lena Waldmann immer wieder demonstrieren, mit einer Hand sehr geschickt geritten. Die Traversar hat erst mal eingeleitet und dann ganz schnell die Hand weg. Aber einmal die Linke, einmal die Rechte, das war schon richtig hohe Reitkunst. Es gab eigentlich hier gar nicht viel zu meckern. Und nicht viel zu meckern heißt schon mal eine sehr gute Note. Dann hat sie noch ganz schwere Elemente in ihrer Kür gehabt, die wir hauptsächlich von Isabel Wert kennen. Denn starker Galopp, Piorette, halbe Piorette, Dauers, Wechsel. Diese Wertkombi heißt seit heute Abend Wert-Waldmann-Kombi. Und da wir nicht viel gemeckert haben, ein kleiner Hackler in den Dreierwechseln, da hat er gezeigt, dass er auch Zweier schon kann. Aber weil wir gar nicht viel sonst gemeckert haben, eine 9,5. Leda, magst du die Züge noch mal aufnehmen? Neh mal die Züge noch mal auf. So, haben wir noch mal eine Mucke? Und hier kommt Frankfurt noch einmal für Leda, mein Mann und Kervo. Wow! 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 Untertitelung des ZDF, 2020